Hallo zusammen, hier ist wieder Archela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest und unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg bei der Macht der Loa und für diesen müssen wir die World Quest 100 Trolle im Weg in Zuldazar abschließen, ohne dass wir einen der Verstärkungseffekte von den Totems verlieren. Und ja, ich bin hier schon mal im Herzen von Zuldazar auf der Pyramide und wir haben auch die World Quest ab. Das ist ganz wichtig, 100 Trolle, auf die müsst ihr ein bisschen achten und schauen, dass ihr da dementsprechend die World Quest abhabt. Und dann ist es hier so, dass ihr hier diese vier Totems an der Spitze der Pyramide seht und ihr kriegt einen Debuff drauf und die halten immer ein bisschen über 40 Sekunden. Und hier müsst ihr halt gucken, dass ihr ihn immer aufrechter haltet. Am Anfang habe ich die Taktik gefahren, dass ich immer nur durch die Totems durchgelaufen bin, um auf Nummer sicher zu gehen. Das muss man ehrlich gesagt gar nicht. Also 40 Sekunden ist relativ viel Zeit. Der Gong zu schlagen bringt ein bisschen was, dann kommen die Trolle nämlich hier nach oben. Besser ist es aber, ihr lauft durch alle Totems einmal durch, rennt dann nach unten, pullt unten den kompletten Haufen und rennt dann wieder schnell nach oben. Das geht eigentlich ganz gut aus. Die Trolle hauen jetzt auch nicht sonderlich gut rein. Das ist jetzt eigentlich nicht das Problem. Und die kriegt die nach einer Weile totgezackt. Ihr seht, ich als Tank kriege jetzt fast gar kein Damage. Und zusätzlich habt ihr ja auch noch die Effekte von diesen Totems drauf und seid dann quasi gegen gefeit, dass ihr zu viel Schaden kriegt bzw. hier gegen die Trolle unterliegt. Mehr ist es eigentlich nicht. Bei mir hat es jetzt eigentlich am längsten gedauert, einfach nur abzuwarten, dass mal diese WorldQuest wieder war. Ich glaube, ich hatte jetzt etwa drei, dreieinhalb Wochen gewartet, bis die WorldQuest wieder kam. Und dementsprechend, ja, müsst ihr halt immer schauen, die WorldQuests werden zweimal resettet am Tag, einmal um 9 Uhr in der Früh und einmal 9 Uhr abends. Dann einfach kurz nach dem Reset einmal über die WorldQuest in Zuldasa drüber gucken, schaut, ob ihr die Quest 100 Trolle im Weg habt. Und ja, dann könnt ihr hier diese netten Pyramiden-Spielchen machen. Mehr ist es auch nicht vom Achievement. Und wie gesagt, nur die Sachen nicht auslaufen lassen und das war es schon. Gut, das ist jetzt alles von meiner Seite aus. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und ja, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich selbstverständlich sehr gerne abonnieren. Und ja, sonst bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Tschüss! get